Ja Freunde, das neue Update ist draußen. Ja, das erste was mir aufgefallen ist, als ich die erste Runde gespielt habe, bevor ich das Ding natürlich angemacht habe, habe ich gemerkt, hier oben steht natürlich jetzt die Online-Player-Zahl, wie viele Leute im Spiel sind. Wir haben also über fast 12.000 Leute im Spiel zur Zeit. Es ist aber auch Freitagnachmittag, falls jemand fragt. Gut, ja, ich wollte heute noch eine Runde Karabiner spielen, ganz einfach, weil ich mal wieder so tun wollte, als wenn ich auch ein bisschen schießen kann. Beim nächsten Mal spiele ich wieder Russe, je nachdem. Ich wollte mal wieder PPSH spielen. Wie gesagt, ihr könnt immer alle Vorschläge machen, die 1919er ist noch eine Arbeit. Ja, ansonsten sieht man ja jetzt hier nicht viel, aber sie haben da an der Map was getan. Ich nehme jetzt auch die Stadt-Map aus. Und wenn heute noch mal ein Spiel startet, wäre das ganz toll. So an sich habe ich jetzt nicht gesehen, dass ihr noch irgendwas Großartiges geändert habt. Vielleicht habt ihr noch was mitgekriegt. Zum Beispiel, das hier. Soll das jetzt so? Muss das so? Ich meine, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber man weiß jetzt nicht mehr, aus welcher Richtung man angreift und wo man steht. Das fand ich vorher besser. Ich weiß nicht, ob das so soll. Auf jeden Fall haben sie First-Aids hingepackt. Ansichtlich nicht schlecht. Bloß wo die teilweise verteilt ist. Das ist schon wieder so eine, wo man sich sagt... Wir haben noch mal die Map überarbeitet. Wir haben überall die Spawn-Punkte, die Wege noch mal verändert. Vor allen Dingen nachher bei O1. Ich hoffe, ich komme dann nachher mal ganz kurz vorbei. Kann ich das zeigen? So. Oh, das Spiel startet. So. Hier alles klar. Ich würde noch mal gucken, ob es sich alles bei ist. Ja. Hier sieht man jetzt nichts großartig. Video-Setting. Ich hoffe, es hat immer noch keiner was dagegen, dass ich mal das alles auf Englisch umgestellt habe. Ganz einfach, falls jemand auf Englisch zuguckt. Wenigstens lesen kann, was da steht. Also starten in 20 Sekunden. Wenigstens habe ich einen Angriffsspiegel gekriegt. Ich habe jetzt gehofft, dass das eins wird. Aber ihr wisst ja, wie das immer läuft. Immer wenn man das, was man haben will, kriegt man meistens nicht. Ja. Aber mal gucken. Ich habe jetzt bestimmt noch nicht alles gesehen. Ja. Ansonsten hat sich vom Startsystem, vom Spawn nicht viel geändert. Oh, ich bin mit Glied. Ich bin mit Glied. Mit Glied. So, wir gucken wieder. Komm, den nehmen wir mit. Der hat aber schon kein Fahrzeug. Oh, doch. Na, ist auch egal. Weil ich mag doch der Führer sein. Ja, Roland, du bist gerne der Führer. Unsere Kollegin wagen. Er sieht nicht so aus, als er einen Wagen hat. Was für ein Service, ne? Gibt sich einen Tag. Steigen Sie ein. Na, da tritt wieder Regelnummer 1 in Kraft. Spawnen. Wenn man keinen eigenen Wagen hat. Warum das jetzt alles hier so geändert worden ist. Okay. Nochmal alles überarbeitet. Nochmal die Map geändert. Warum nicht? Gebäude sind dieselben. Unterstädig. Ganz dünnes Eis, mein Freund. Ganz dünnes Eis. So, wenn wir aber keine Freunde. Aber den können wir Hube schreiben. Der mag mich. Da fährt doch ein. Da höre ich doch einen Panzer. Der rausche Chevy. Der hat ein ziemlich gutes Auge. Der hat ein ziemlich gutes Auge. Muss ich wirklich sagen. Also da jetzt noch bei dem Qualm irgendein zu sehen. Ab und zu bugt momentan der Bildschirm. Da muss man Escape drücken. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist. Aber ich glaube nicht. Und wieder einmal beweist sich, dass eine Panzerabwehrwaffe wieder wichtiger ist als alles andere. Warum da ein First Aid ist, man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich so das Gefühl. Jetzt haben wir gemacht. So ein bisschen trotzig kommt es rüber von Rödo. Ja, er will alle First Aid haben. Bitte sehr. Knallen wir überall ein. Jetzt will mir jemand ein Gespräch aufdrängeln. Und außerdem mache ich jetzt so eine lustige Rolle. Ich treffe heute nichts. Ich treffe heute nichts. Rückzug. Wer nicht trifft, ist besoffen. Aber er tritt auf nicht. Das ist schon mal ganz gut. Er ist Sniper dann ständig von hier hinten. Jetzt komm mal her, jetzt ist aber mal Schluss. Wo ist er denn? Oh. Das ganze Grünzeug hier. Ist ja furchtbar. Spannend ab. Spannend ab. So gut. Tag. Ich geh zu dir. Wo ist hier? Oh. Oh. Ohohoh Oh verdammt Ich hab kein trzein Mer Das ist aber unbe.. k- keine Musiche mehr dududududududududud approved Wir stehen uns grad gegenseitig im Wege, mein Freund Nein, geht doch Haus ab, gehst du weg Huch die Katz Sehr gut, danke Oh Bam Treffen tut dann nichts, aber die Panzer sind echt kaputt Steht mein Wagen noch? Das ist eine interessante Frage, die mich jetzt wirklich interessieren würde Ich glaube nicht Natürlich Unverschämtheit Wo sitzt er? Warten bis live voll ist Wenn ich rauskriege, wo du sitzt, mein Freund Das ist ja so den Arsch auf In welchem Busch sitzt du denn? Na scheiße, ob man nachladen muss, ne? Sprayn Du siehst sie nicht Kleiner Drecksack Ich versuche wieder einen auf cool zu tun und wieder non-scope alle wegzusprayen Klappt nicht Jetzt weiß ich auch warum, weil mein Ping so schwankt Warum schwankt denn mein Ping so? Kein Wunder, dass das nix wird Warum hab ich denn jetzt hier, 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 hier Ping-Probleme? Das würde mich jetzt mal interessieren Komisch Bemerk ich grad Genau das ist nämlich immer das Problem, warum ich auf Twitch nicht Karabiner spielen kann Ich denke, warum hab ich 120 Ping? Oh, First Aid Wie günstig Oh, was man hier wieder das First Aid gefunden hat Ja, mitten auf dem freien Feld, so ist gut Ja, sieht jetzt wohl nicht schlecht aus Ja, natürlich haben wir schon wieder 5 Panzer zerstört Das ist schon wieder witzlos Kein Wunder, dass sie nicht zum Schießen kommen Das Schöne ist, sie haben jetzt die 4er Slots weitends außerhalb der Stadt platziert Das ist sehr gut für den Angreifer Weil du jetzt wenigstens, wenn du bis C4 kommst Muss der Verteidiger, wenn er ordentlich verteidigen will Den C4 Punkt, um Sicherheit zu haben, zurückerobern So ist es einfacher, O1 anzugreifen Also, ich sag es nur ungern, aber 1 mit Sternchen Für HNG, für Reto, muss man jetzt mal wirklich sagen Gute Idee, sehr gute Idee Befürwortet das Ich treffe auch mal wen, Wahnsinn Kann ich jetzt hier über die freie Straße rennen oder werde ich direkt wieder erschossen? Ist das ein stationäres First Aid? Man weiß es nicht Nein, das ist das Wagen Gut Tag Ja, ich muss mir selber die Map erstmal angucken Das scheint ein stationäres zu sein Also jetzt haben sie, jetzt haben sie so ein bisschen, jetzt haben sie Paint gemacht Steht halt, ist der Chevy kaputt? Schieß mal den Chevy ab Lang und weit Oh, wie schön, dass sie jetzt auch die Fahrzeuge offen gemacht haben Also du musst jetzt vorher zumachen, bevor du gespawnt bist Wenn du nicht willst, dass einer mitfährt Auch sehr gut, weil manche wussten gar nicht, wie das jetzt hier, wie das jetzt zustande kommt Dass man jetzt auch mal das Fahrzeug aufkriegt Warum man es nicht gleich so gemacht hat, man weiß es nicht Übrigens, der C4 Slot ist wieder B4 Slot Jetzt, da wo B3 war, ist jetzt B4 Sehr schön Gute Idee Ja, ansonsten steht überall so ein kleiner Silvielasser rum Nicht schlecht für jeden Anfänger, der mal ein bisschen fahren will Die Panzerfaustboxen, das war ja früher auch nicht immer so Für die Lines, die nicht besetzt waren Waren die nicht gespawnt Und sprich, die Line war dann nicht da Nicht vorhanden Jetzt sind wenigstens auch die Panzerfaust hier einzunehmen Und das ist ja schon mal nicht schlecht Wenn man sich mal verteidigen will in Notsituationen Wir erinnern uns, die Anfänger, die haben keine Panzerabwehrwaffe So Also man kann jetzt auch mal wieder zu Fuß gehen Ne, weil hier bei B4, da liegt auch ein First Aid Da auf der Insel liegt ein First Aid Jetzt haben wir aber gesprayt mit den First Aids Mein lieber Herr Gesang, zwar ein Junge Haben wir mit Paint jetzt aber die Taste gefunden Sehr schön So muss das laufen Vor allem war Barbarat untergeflückt kriegen Rampel umgeladen Mit der Ruhe derge Die Nummer läuft nicht Ich geh mal kurz weg, ich hab nämlich Angst Gehst du weg? Das war knapp So, wer scheiße spielt, muss öfter zum First Aid retten Ich spring hier mal rüber Du hast mich nicht getroffen Nein, du siehst mich nicht, du weißt nicht, wo ich bin Du hast nur gesehen, dass da jemand runtergesprungen ist Mehr hast du nicht gesehen Tschüss Bleib einfach da stehen Ich nehm jetzt mal O1 ein Tippel, 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 tappel Eins, zwei, drei Tippel, 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 tappel Eins, zwei, drei Tippel, 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 tippel Na! Der alte Rentner kommt wieder nicht um die Ärger rum So, schönen Sitz machen Und campen Jetzt hab ich auch Weißt du mal Ich hab schon wieder mehr Panzer zerstört Eigentlich als Gegner erschossen Höher Tom, ne, die, die, die Ja, was ist denn dabei? Tom, ne, die, die, die Ja, was ist denn dabei? Übrigens ist der Alternativ-Spawn jetzt wieder da, wo er sein sollte O1 Ja, wir nehmen heute O1 ganz alleine ein Wir brauchen keinen hier Ja, wir wollen dir heute nicht im Weg stehen Wenn du heute mal zeigen willst, dass du schießen kannst Bitte sehr Ne? Wer das große Fresse hat Einer ist da reingelaufen Ich bin in der Anime-Deploy-Zone Jetzt geht's aber ab Einer ist da reingelaufen Das war knapp OO Hahahaha Einmal geluset Einmal geluset So So Oh, den hätten wir jetzt aber noch haben können Zack Ja, klar Nein Wir stellen uns aber heute auch wieder an Das finde ich zum Beispiel auch ganz schön, dass man jetzt wenigstens ein bisschen mitgucken kann Ach ja Ich habe aber Angst, dass von oben einer abspringt Wir kennen das Spielchen Wo spielen wir das Spiel mit dem Krokodil Und dem Krokodok Ne, ich steig mal lieber aus Winkel zu laufen Macht Spaß Ne Da würde ich nicht stehen Wie ungünstig Wupp Hier hat keiner einen One-Shot-Karabiner Alle sind friedlich Keiner sieht mich Ich bin der Unsichtbare Niemand weiß, wo ich bin Dieser hässliche kleine Chevy Hässlich ist er Was machen sie da Ja, komm Ich kann nicht liegen lassen Vielleicht schießt er ja Elegant erkannt Und Panzer zerstört Ich muss schon mal kurz um die Ecke Hier ist keine Kuckuckuck Huuu Ich komme Ne No Wie viele sind denn da Eins, zwei, drei Hinter mir Wie geht es Sehr schön So muss das laufen Sehr gut Sonst noch wer ohne Fahrschein Meine Zuckerschnecken Wo seid ihr denn? Bei denen hätte ich es aber auch gehabt Ich gehe mal ganz kurz ans First Aid Wenn ich bis dahin komme Nicht auf mich schießen Ich komme, ich wieder schätze sein Meine kleinen Sahne Prinzessinnen Oh, da steht der Chevy wieder rum Oh, so ein Ärgernis Ich habe ja noch zwei, drei So, das ist aber dumm Da brauchst du auch nicht mehr wegfahren Die Sache hat sich jetzt erledigt Oh, wir gehen heute noch in den zweistelligen Bereich Bei den Panzern Nicht auf dem Haufen stehen Das war mein Killassist Na, den wollte ich auch haben Wohoho Ah Natürlich ziehen sie alle auf den Ausgang Meck mich doch Schön weggesnipert worden Ich wundere mich Wie kann man beim Granatenwerfen Nur so still stehen bleiben Das ist manchmal schon sehr witzig Hey, das ist ein Tollschirm 5 Euro, dass es ein Amerikaner ist 5 Euro 5 Euro gewonnen War ja auch zu erkennen Das war gerade sehr dumm Toter Winkel, toter Winkel, toter Winkel Oh, 3 gegen 4 Das könnte knapp werden Sehr gut, dass wir uns da so einig sind Ich gehe mal kurz nachfragen, was der Scheiß soll Versteh dich nochmal mit mit der Schaufel zu hauen Kleiner, böser Mensch Versteht Panzer Niemals auf einem Haufen stehen Niemals Egal wie das Wetter ausgeht Na, wo wollen wir denn hin? Hüpf Natürlich Und Headshot Keine Diskussion Sofort Headshot Sofort Headshot Was denn sonst? Sofort Headshot Es gibt nichts anderes Zumindest war ich nicht rot geschossen Und es ist wieder lustig geworden Ach, es ist wieder herrlich Jetzt macht das auch mit dem Bootauto ein bisschen mehr Sinn Weil, ne D4 ist eine sichere Sache Oh, hier steht mein Wagen noch Leck mich Aussteigern Leck mich trotzdem Ich glaube, da hat ein Sheffy Angst Sheffy Sheffy Schätzelein Kleine Sahne, Prinzessin Bitte nicht nochmal schießen Bitte nicht nochmal schießen Das sind wieder die Sheffy-Tage von Houston Generals Schleich euch aus, mein Süßer Nicht mit mir Ansonsten hat sich bei dem Spiel nicht viel geändert Aber das Windkill-Assist mit dem XP Klar, warum nicht Spannend machen Da ist ja gerade einer in der Ecke Nein Hätte aber sein Ey, der ist doch gerade zur Seite weggelaufen Schon wieder rot geschossen Leck mich doch Ja, nicht ganz, aber was Sehr gut, hier steht ein Wagen Ich hab schon wieder ein Sheffy Mein Gott, die müssen hier irgendwo Irgendwo müssen die hier so eine Farm haben Wie so ein Stehaufmännchen So, jetzt wollen wir es aber wissen Drei gegen drei Du gehst vor, du hast das Sturmgewehr Rennenverein Irgendwer schießt hier doch gerade Der steht oben, der Drecksack Der steht oben, der steht oben, der steht oben Ah, da rettet mich wieder Heavy-Static Ich hab Vorrang Ich will zu meinem Mad-Kid Ich liebe meinen Mad-Kid Das war schon vorher da Das macht das Spiel deutlich angenehmer Man muss nicht immer jedes Mal verrecken Nur weil gerade irgendwo einer Keinen First Aid hat Ihr habt aber auch heute alle Heavy-Set-Gold drin Der kleine 38T, der steht da B-Schissen Komm, 4-2, der Punkt ist unser Oh, den hab ich gerade nicht gesehen Der hat so gut in der Ecke gecampt Der hat sich so gut nicht bewegt Der hat erst zehn Sekunden später registriert Dass ich neben ihm stehe Kann ich auch durchklicken? Nein Kann ich nicht durchklicken? Schade Muss ich jetzt ihm zugucken? Ich will aber nicht mit dem Lappen zugucken Der hat ein Scharfschützengewehr So, eins hab ich auch Komm, du bist im Fernsehen Mach was So Ja, es ist jetzt wie gesagt Deutlich schwieriger O1 einzunehmen Aber es ist auch deutlich einfacher geworden O1 einzunehmen Weil man eben an die Vierer-Punkte rankommt Das heißt, man hat mehr Offensivmöglichkeiten Überhaupt irgendwas zu tun Früher war das ja so Du hast die C-Punkte hinten eingenommen Konntest dich dann auf die andere Seite konzentrieren Und hattest dann Zeit Was zu tun Also endlich mal ein Update Wo ich möglich sagen muss Ja Super Einwandfrei Echt geile Nummer EP Alles was dazu gehört Alles was man gebrauchen kann Alles schön Gibt wieder so ein paar kleine Dinge Wo man wieder drüber meckern könnte Aber wir lassen es Oben im Turmschitz Irgendwann war einer Wo sitzt der Drexer Ach komm, du triffst doch eh nicht Zack Mit der Ruhe der Gemütlichkeit Bisschen zu viele Püsche gibts Komm mir immer ein bisschen vor wie Rotkäppchen Wenn ich durch den Wald gehe Oh, hallo Da ist er wieder Oh nee Nicht O1 verlieren Ich bin doch grad bei O2 angekommen Schön weggeschossen Ich geh mal außenrum Ich hab so eins gehalten Ja, super Vorsichtig Langsam Der letzte war doch gut Was? Alles klar Er landet wieder den Headshot Da ist gerade jemand unsichtbar neben ihm aufgetaucht Das ist aber dumm gelaufen Komm, kriegen wir das? Kriegen wir das? Kriegen wir das? Wie sieht's aus? Der ist ganz alleine da Na komm, das kennen wir ja nicht anders Boah, der hat 9,5 Hat aber zwölf Flugzeuge kaputt gemacht Guter Mann Aber er ist ja Flieger, ne? Gut, ich hab nichts gesagt Mit Flieger ist das ja kein Ding Aber zwölf Flieger abschießen muss man auch erstmal können So, nehmen wir den gleichen Weg Weil rechts unten bei B4 ist der Sworn Er ist ja ziemlich dämlich, wenn man da langlaufen würde Ist aber zum Abfangen Als zweiten Weg Ganz wichtig Tippel, tappel, tappel, tappel Eins, zwei, drei Mittig in der Stadt haben sie nicht irgendwo für St.A.T. hingepackt Nö, da nicht Warum denn auch? Scharfschütze Williwald, Junge Der gibt sich aber Mühe da oben Hier steht ein M2A2 vor der Kirche Ach, komm, weck mich doch Ja, komm, das schaffe ich Komm, das schaffe ich Oh, das war sehr gewagt Aber Dreistigkeit siegt Kein Life mehr So wie immer Jetzt ziehen wir uns nicht zurück Jetzt sind wir so weit vorne Mal gucken, ob sie den Bug gefixt haben Na, was heißt Bug? Steht man in der Kirche oder nicht? Nein, steht man nicht Das ist immer noch so eine kleine Sache für die Leute Guck mal, ich seh immer O1, O2 Der sitzt hier im Rundellturm Da brauch ich gar nicht gucken Nee, oder doch nicht Früher war das so Dass der Rundellturm so halb-halb Zum Punkt gehört hat Jetzt gehört er vollkommen dazu Darüber hab ich mich auch schon gammel gehört Auf, heute sammeln wir Pluspunkte Oh, Redo, heute Heute gibt es aber nur, nur, nur Nur gute Sachen Das ist ein Pappeltier überall Grüß dich Nervt stark wie immer Geht ein Mann die Treppe hoch Holt sich einen runter Da-da-da-da-da-da-da-da Da haben wir noch Zeit zum Nachladen Da kommt jetzt nicht der Oh, Menno Gehst du weg? Haust du ab? Wes, wir ein Stück Scheiße So, in der Ecke Jawohl Mit dem ich jetzt erwischt hat Es ist wieder ein Schall Da sind ja die Splitter wieder Also da müsste jetzt so hier Die CSI-Killcamp kommen Wieder so Der Schuss verfolgt wurde Da wurde das dreimal über drei Ecken Und dann hat er einen Hit abgekriegt So den linken Zeh oder so Ach nee Kriegen wir es oder kriegen wir es nicht Auch muss Roland nochmal kommen Nein, danke Wir haben es Jawohl Nicht ganz zufrieden Aber besser als sonst Aber heute hat noch viele Heavys in Gold Ich muss mal echt mal wieder Überzeugendes Spiel abliefern Ich bin immer selber nicht zufrieden Aber es war ein schönes Spiel Doch, muss man sagen Also das Update an sich Echt nicht schlecht Wie gesagt Ob das jetzt hier So Sinn und Zweck der Sache ist Dass man jetzt nicht Über die Leine anzeigen soll Gut, kann man drüber diskutieren Ansonsten War es doch halbwegs akzeptabel Und falls jemand fragt Ja, One-Shot-Karabiner Ist dann doch nicht so teuer Wie sie aussieht 8.000 hat es gekostet Gut, klar Ja, ich habe wieder 200 Panzer zerstört In einem Spiel Ich glaube, das waren jetzt 10 Stück am Ende Wie gesagt Was ich erzähle, macht schon Sinn Ich sage ja Das Erste, was man braucht Ist eine Panzerabwehrwaffe Der Rest ist Vollkommen irrelevant Ja, wirklich Das muss man sich mal vorstellen Für 30 Kills habe ich 10 Nur an Panzern gemacht So gut hat er nicht geschossen Er hat lose Panzerabwehrwaffe dabei gehabt Ja Falls nochmal jemand sehen will Wie die Waffe hier Modifiziert ist 300 Meter One-Shot Nicht mit der Noob-Modition Kann man machen Muss man nicht Ich habe jetzt die Parabellum drin Weil ich die noch leveln wollte Die ist jetzt aber fertig Normalerweise spiele ich C96 Das hat einen guten Grund Weil Die hat eine 500er Feuerrate Und die C96 ist voll auf Feuerrate Und Genauigkeit Weil wir haben ja gesehen Hier meine ganzen Werte Das andere Bild ist glaube ich besser Wenn noch einer mal gucken will Damage scheißegal Es geht nur um die reine Genauigkeit Und Höchstgeschwindigkeit Ich habe jetzt hier auch noch nicht Komplett voll auf Geschwindigkeit Aber die C96 macht sich einfach besser Finde ich Den guten Trigger habe ich mir noch nicht gekauft Ein Pistole ist letztendlich egal Wichtig ist die Feuergeschwindigkeit Und die Genauigkeit Weil du eben halt Wenn du so Karabiner spielst Immer mitnimmst Nein ich will nicht mehr mitspielen Wenn man hier gerade nicht aufpasst Ja Leute ich hoffe es hat Spaß gemacht Ein richtig schönes Update Jetzt habe ich dreimal hintereinander Handg aufgenommen Jetzt will ich halt mal wieder zu Battlefield kommen Ist ja schlimm hier Und dann würde ich mir auch immer wieder geht